Ich bin Detektiv, also okay, anscheinend lebt nur noch Manu. Oder der, der Manu getötet hat. Es lebt der, der Manu getötet hat. Und das wäre, warte, ich untersuche jetzt die Leichen. Intro, 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 Intro. Ja, gut. Alter, die Map hat voll das geile Feature, schau mal. Scheiße, ich häng fest. Ich bin Detektiv. Warte, 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 warte. Das ist ja Hammer. Das ist besser als ausweichende Fische. Wir haben die Next Gen gefunden. Das ist aber geil. Hi. Hoi. 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 So geil. Sollte nicht eigentlich die Zeit umgestellt werden? Ja, beim Mapwechsel wird es umgestellt. So, okay. Wollen wir danach die Map wechseln? Hat jemand gerade mal ne Uhr? Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Also jetzt. 21 Uhr ist 57. 22 Uhr. 22 Uhr, okay. Um genau zu sein, 21 Uhr ist 52, aber naja. Nee, 56. Ey, ey, lass alle töten. Ohne Schall. Oh, da ist einer. Okay, ich mach was. Okay, ich glaub, Manu ist später. Ja, das war so tool, als wenn... Nein, 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 warte, hör mal kurz zu, Manu. Manu, heb mal vor der Mikro so ne Hand so rechts daneben, damit der nicht so machen kann. Ich bereichne den Raum. Was? Ey, lass mal den Raum in Ruhe. Ey, lass mal den Raum in Ruhe. Ey, pass an der Hand. Kennst du das, wenn du zu jemandem flüchtest? Ich mach alles auf. Dann hältst du deine Hand so hoch, damit das niemand hört. So rechts daneben. Achso, nein, warte. Warte. Ey, Manu. Ey, Manu. Ja egal, lass einfach mal alle anderen töten, Mann. Irgendeiner ist schon Traitor. Oh, dann kommt der einfach nicht durch. Yo! Alter, Manu, mach zurück. Ich bin kein Traitor. Ich bin... Hahaha. Töt... Nein, nicht mich. Ey, komm. Ich bin kein Traitor, Manu. Ey, dann bin ich einmal Traitor und dann tötest du mich. Ah, du warst echt? Ja, wie geil. Kann jeder, der lebt, noch was sagen, bitte? Ja, ich spiel bald nicht mit euch. Das ist voll scheiße. Vinci, 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 Vinci. Immer wenn ich Traitor bin, tötet mich einfach irgendjemand. Ja, ich will doch nur die Runde schnell vorbeimachen, damit die Runde schneller umgehen. Ach Mann, zock hier. Jetzt wein doch nicht. Was für gute Begründung, Manu. Okay, es gibt noch ein Traitor. Und... und wer lebt noch? Wer lebt denn noch? Dicke Mädchen. Aber ich bin ruhig. Ich bin Detective, also okay, anscheinend lebt nur noch Manu. Oder der, der Manu getötet hat. Es lebt der, der Manu getötet hat. Und das wäre... warte, ich untersuch jetzt die Leichen. Boah, Rolf ist halt eine Fresse. Was soll das überhaupt sein? Soll dieses Scheiß-Dingens-Geräusch sein. Dieses Scheiß-Dingens-Geräusch, wie heißt das? Tote Menschen haben schönen Namen. Zum ey. Hey Cindy, Larry lebt noch. Gabi, Soki und Rotpilz. Und Minzy? Minzy müsste auch noch leben. Rotpilz. Oder ist Minzy auch tot? Rotpilz. 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 Ne, Rotpilz. Das ist ja... Also ich bin oben bei den Leichen. In der untersten Etage hinter dem Minzy tötig. Nur das soll ich sagen. Hä? Die können das doch zu Ende spielen. Wo ist ja das Problem? Ich will nicht mehr warten. Nein, ihr gerät die ganze Zeit aneinander vorbei, ne? Ihr seid so sprachsies. Warte, wir treffen uns. Vor allem weil der Traitor... Naja, einfach mal ein Radar benutzen soll. Der Traitor sollte jetzt einfach mal... Der Traitor sollte jetzt einfach mal... Maudadu töten, bitte. Dann dann. Warum darf nicht der Detektiv den Traitor töten? Ja, weil... Weiß ich nicht. So. Wo ist hier... Ah, Radar! Maudadu, bitte! Ich wollte mir nur ein Radar kaufen. Oh, Leute. Komm schon. Hättest du es jetzt noch immer eine längere Zeit so gut nicht gesehen. Das wäre so geil gewesen. Witzig gewesen. Oh, das wäre echt... Ah, es ist so kacke, wenn man keine Munition mehr... Wieso schießt du mit einer Pistole durch den Gang, wenn dann... Hä? Ich hatte die Schrotflitten-Amo-Baller... Dim, 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 dim. Loil. Ich wollte irgendwie das Verhältnis nicht mehr eröffnen. Aber irgendwann mal wiederholen. Downloading TTT Doss. Was ist das? Tey Tey. Was ist das? Sagt dir der Map-Ersteller. Ich hab die doch nicht erstellt. Ich hab die einfach reingemacht. Achso, beziehungsweise. Es hat sich noch gut angehört, deswegen hab ich sie reingetan. Ich bin drin. Hier ist ein Bild von Quack 2. Danke, Maudado, kriegen wir Copyright. Was ist das? Hier ist auch Nemo. Ich bin ein Bild davon schon. Das ist diese Map, wo man so ein Mini ist. Die ist eigentlich ganz cool. Ja, da ist sogar eine Stelle, wenn ihr über die Mausefaller läuft. Mano, ich seh dich! Ich seh dich! Und wer ist das noch? Wir haben die immer in Counter-Strike gespielt. Der braucht ja mal die gleichen Mauds, wie er vorhin auch schon runtergeladen hat. Gut. Ne, der überprüft dann nur. Ich fühl mich hier wie in... Ja gut, dann hast du was falsch gemacht. Das Lied, was ihr die ganze Zeit singt, ist so episch. Das ist so episch. Boah, Alter, was war denn das? Das ist meine Leiche, ich schwör. Vor allem so voll kreativ. Ich fühl mich wie in dieser Puppenwelt. Ne, echt? Oh, Rotpilz. Ja! Oh, es gibt die andere Schrotflinte. Die praktische Schrotflinte. Delay, schau mal. Die Automatik, war? Nein, nicht die Automatik. Die andere, die fette. Schau mal an. Voll das Jump'n'Run hier, ey. Ja, ja, ich kenn dich, ich kenn dich. Rotpilzraum schießt auf Minzi. Rotpilzraum schießt auf Minzi. Wer schießt da? Warum tötest du Minzi? Weil da stand da! Achtung, da ist ne Mausefalle! Nicht drauf treten! Delay! Superzocky! Superzocky ist es! Nein! Gut, Mauntado ist es auf jeden Fall auch nicht. Ja. Habt ihr jetzt alle umgebracht? Superzocky, der war Tra... Traitor, der hat auch nen Detektiv geschossen. Soll er am Anfang viele machen und so und alle töten? Dann hab ich's halt gemacht. Ja, nein! Nur wenn der Übergang ist. Aber ich mein, man sollte sich schon so ein bisschen beeilen. Nicht immer so acht Jahre warten. Was jetzt in der Zeit sehr oft war. Oh! Zombie! Ja? Die Zombie! Du musst dir nachhören! Der Zombie rettet mich erst mal vor der Mausefalle. Dann geh ich vor und er legt den Headshot. Das ist Felix! Der Zombie, du bist ein so guter Traitor, ey. Warum? Ja, weil du immer, meistens wenn du Traitor bist, gewinnst. Weil ich alle tot schieße. Weil der erst immer so nett ist und dann ist er nicht mehr nett. Ja! Ich liebe euch alle und dann stirbt ihr! Ja, also. Mich tötet Felix einfach ohne Grund, Alter. Ja, ich hab ihn gesehen, er stand da oben und er war so auffällig. Dann hab ich ihn getötet. Da hier ist Nemo und Kitty. Auch wenn ich aus Spaß Manu ja angeschossen hab, aber das ist ja egal. Du hast Manu angeschossen? Ja, dann inspiriert mich. Ja, aus Spaß! Was ist das denn für ne geile Wache? Alter. Ich will mal schießen! Alter! Alex, SchottGA Das ist immer richtig cool. Loil. Junko, Wasser, wo man reinspringen kann. Bam, 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 bam.